Hallo und herzlich willkommen zu Lebenslust. Wenn Sie Models mit Konfektionsgröße 34 sehen, dann denken Sie sich vielleicht, was die tragen, das steht mir sowieso nicht. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie das sehr wohl geht. Zwei Frauen, das gleiche Outfit, aber total unterschiedliche Figuren. ... im Weiß mit Schleier in der Kirche und eine Feier im engsten Familien- und Freundeskreis. Tja, so würde ich eine traditionelle deutsche Hochzeit beschreiben. Diese Hochzeit hier, die ist auch wirklich traditionell, aber irgendwie komplett anders. Wir sind nach Indien gereist und haben gestaunt, wie unterschiedlich Hochzeiten gefeiert werden. Kennen Sie folgende Situation? Sie haben in einem Restaurant einen Tisch reserviert und es kommt Ihnen bedauerlicherweise was dazwischen. Ja, das ist unschön für den Restaurantbetreiber, aber muss man als Gast eigentlich Schadensersatz zahlen, wenn man vergisst abzusagen? Ingo Lenzen kennt die Antwort. Haben Sie eine Idee, was Sahne in einer PET-Flasche zu suchen hat? Oder wofür ein Eierschneider sonst noch so gut sein kann? Nein? Ja, dann passen Sie mal gut auf. Wir haben nämlich einige Tricks für Sie, die Ihnen das Kochen in Zukunft erleichtern werden. Kolumbien ist ein wahres Obstparadies. In der ganzen Welt kann man kolumbianische Apfelsinen kaufen. Aber können Sie sich vorstellen, dass es in Kolumbien kaum gute Fruchtsäfte gibt? Eigentlich absurd. Tja, das dachten sich auch zwei Brüder aus Deutschland. Und die wollen jetzt mit ihrer Geschäftsidee den Saftmarkt in Südamerika revolutionieren. Gesichtsmasken sollen ja wahre Wunder bewirken. Aber welche Masken sind eigentlich empfehlenswert? Müssen es teure sein? Oder reichen die billigeren auch aus? Wir haben den Test gemacht. Sind Sie eine berufstätige Mutter? Boah, ist anstrengend, oder? Nun stellen Sie sich vor, Sie führen auch noch eine Fernbeziehung. Da ist der Stress vorprogrammiert und Zeit für Styling bleibt da mit Sicherheit auch nicht. In genau dieser Situation ist Fatima. Das ist ein klarer Fall für unseren Styling-Experten Holger. Das war es schon wieder bei Lebenslust. Schalten Sie nächste Woche wieder ein und lassen Sie sich von uns verwöhnen. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.